hallo und herzlich willkommen zurück bei ark evasion ja also blutabzöpfen beim bei der hellpflanze das das wäre viel zu logisch gewesen oder ja egal ich werde es merken vielleicht ja wir brauchen 250 kristalle wir brauchen 2400 metall oder so und ich brauche immer noch in einen ersatz drachen ja und deswegen war mich jetzt gerade mal kristalle so nehmers von mir aus einmal mit bin jetzt quasi einfach mal nach oben geklettert haben wir doch die schauen mal an was wir hier so finden sind aber alles nur blaue kristalle schade hatte gehofft vielleicht findet man da irgendwo so so ein kleines versteck so keine ahnung mit mit hunderten weißen kristallen okay was haben wir da im blutstrahl dann könnte man es mal holen ja super er war jetzt auch voll unernd also bestimmt irgendwo also jetzt nicht für mich aber vielleicht irgendwann für mich was haben wir da was haben wir da na komm geh weiter ich bin jetzt ja eigentlich auf kristall suche hunger es sind auch alles blaue kristalle ah da sind weiße da sind weiße nicht viele aber immerhin sind es welche ja dass da drunter ding ist ist mir egal ich habe meinen schutzanzug an drop 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 war halt jetzt nicht das was ich erhofft hatte aber immerhin waren es ein paar da haben wir havenen und blauen oh Oh, 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 oh. Huch. So, komm her. Da drüben hätten wir rote Kristalle. Würde ich sagen. Oder? Mit einem voll hübsches Federleit. Jetzt hab ich schon wieder Hunger. Okay. Aua. Wie springst du mich da von hinten einfach so? Na komm. Mach die Siga weg. Und den Drachen auch. Und jetzt, ja, jetzt kommen natürlich die auch noch. Mann. So, jetzt reicht's aber, ja. Ist das ein Ausgang da? Moment mal. Es gibt ja drei Ausgänge, was ich weiß. Das schaut aus wie einer. Oh, hi, Rippo King. Er kommt. Okay. Dann weiß ich also, nein, das ist kein Ausgang, da ist nur ein Vipa daheim. Oder was heißt einer? Da werden ganz viele unterwegs sein. Und die werden sich dort freuen, wenn man sich dahin verirrt. Und dann vielleicht irgendwo noch etwas abbauen möchte. So. Dann habt ihr es ja ungefähr so hell wie ich. Aus den Routen kriege ich richtig viel Weißen raus. Kann ich mit der Anke eigentlich da runter? Oh. So, rein da. Rein da. 62 Routen. Hm. Yum, yum, yum. Danke, Sika. Der ist ja hübsch. Oh. 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 Geh mal weg, da. Da hinten werden rote Kristalle. Schauen wir mal, was da so weitergibt. Genau da lang. So. Da hätten wir einen Drachen. Ah, ich weiß schon, wo wir jetzt sind. Ich weiß es. Glaube ich. Klar, aber da waren wir schon. Wir sind nur von der anderen Seite gekommen. Ja, ich glaube schon. Ja, komm frischendlich den Drachen auf. Ja. 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 Waren hier nicht Lampreys? Nein Na gut, nur grabe immerhin Lumpress 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 Aber hier können wir dann gleich wieder Gamma ausschalten Gamma Ah, geht Auch keine Lumpress Doch Lumpress Oh, der ist hübsch Tut mir fast leid, dass wir sich jetzt umbringen müssen Da sind Lumpress Da sind Lumpress Oh, gleichzeitig Cool Cool Komm her Mal nur vier Leech Blood Okay Elf Leech Blood Ist nicht viel Neun Leech Blood Neun Leech Blood Okay Hm Wie lauen wir jetzt? 40 Leech Blood Okay Damit können wir immer schon ein bisschen was anfangen Mal Sind zwar immer noch verdammt wenig, aber okay Überhaupt jetzt wollen wir ein bisschen ganz einfach Blut abzapfen können Danke, Nubat Hm Ja Er hat erreicht Okay Entweder Ich bin schon mal Blut abzapfen Ich bin nicht nur auf dem Ort Da all. Keine Lamprease. Komm her. Nimm, nimm, nimm. Nein, das sind Fischer. Da ist nix. Hm. Komisch geworden. Ach, da sind ja auch noch welche. Ich wollte schon sagen, auch hier sind keine Lamprease mehr. Aber das stimmt nicht. Gut. Ich muss nur zuerst den Rest erledigen hier. Uh-huh. Oooo Oooo Na komm, hauen um. Okay. Kein Lamprey. Nein. Und die Strecke hier käme er jetzt. Oh ja, die Strecke käme er. Jetzt könnte ich aber mal schauen. Ob ich nicht einfach da hochkrettern kann. Mhm. Darüber. Genau. Und jump. Ah. Genau. Aha. Okay. So. Haben wir da vielleicht auch noch Lampreus? Vielleicht da oben. Lampreus? Hm. Jetzt haben wir noch ein paar. Na ja, ein paar. Das ist 60 Leech Blood. Na komm, mach die auch fertig. Das war's schon wieder. Mann, 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 Mann. Jetzt bin ich ja eigentlich... Okay, wenn ich auf dem Drachen bin, geht das nicht. Aber es stimmt schon. So geht das natürlich viel einfacher. Du musst halt nur aufpassen. Mhm. Hm? Okay. 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 Irgendwas höre ich da trotzdem. Okay. 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 Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein paar. Ja. Der Drache ist auch geheilt. Okay. 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 So gehen wir an landen. Willkommen hier? Keine Lampreis. Keine Lampreis. Keine Lampreis. Sehr gut. So, jetzt haben wir ein bisschen gesammelt. So. 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 sagen wir jetzt mal transferen vom rocktrick in das hier dann sagen wir hier kommt ein organisches polymer organic polymer sehr gut hier kommt rein mein blut und lidschblatt sehr gut das können wir auch nehmen das nicht das lassen auch da so das kommt alles hier rein so so Keine Ahnung, was ich da eigentlich alles breiten konnte. Egal. So. So. Hier rein kommt auf jeden Fall wieder mal Fleisch. Guckt. Und das hier und das hier. Pull dann. So. Damit habe ich nicht auch wieder genug. Meine Rüstung ist noch okay. Wie schaut es denn jetzt aus, wenn ich sage, ich möchte den Generator bauen? Immer noch nicht. Schauen wir mal, wie viele Kristalle haben wir jetzt? 100. Metal Ingot. Und Polymer hat man. Also bräuchte man 150, 160 Kristalle. Was bräuchte man, wenn man die hier machen würde? 150. Wieso sammelt der jetzt da alles ein? Hmm. Aha, danach nimmt der blaue Moment, dann gehen wir die roten mal raus Pullen Blue Crystal Und zwar 500 Geht echt Er macht mir das blaue Kristalln auch Geißer Dann haben wir unser Kristallproblem ja echt gelöst Er steht aber halt nur da Er macht es aus Grünem Aber okay, er macht es ja offensichtlich aus denen, die ich habe So, ich würde sagen Ja, das machen wir jetzt fertig Okay, mehr geht dann eh nicht mehr So, das kommt da rein Achso, die Telepräte dauert noch ziemlich lang, habe ich mittlerweile festgestellt Aber es macht ja nichts, da kommen wir schon noch hin So, er ist Plus-Tech-Generator Einmal Er craftet ihn Schauen auf Und jetzt Jetzt haben wir einen Tech-Generator Moment Wohin kommt der? Ich würde ja fast sagen Er kommt Hier Ja, ist okay So, abdrehen Und schauen gehen Powered 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 Cool Es funktioniert Ja, dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Ich sage tschüss, tschau Und baba Ciao